An alle Tante, wir sind startbereit. Badmobil ruft Oliver. Es geht los. Verstanden, Chef. Die Startphase ist eingeleitet. Oliver ruft Badminton. Die Transportmodule sind unterwegs. Modul 1, die Klinge aus der Kurve. Vorsicht. Auf Freie Gefahr. Auf Freie Gefahr. Ich empfange kein Steuersignal vom Badmobil mehr. Und jetzt? Badmobil an Oliver. Ich nähere mich Gott und Plaza. Gib mir den aktuellen Lagebericht. Oh, Vorsicht. Verzeihung. Wir müssen sofort zur Hennessy Street. Unsere Kameras zeigen, dass diese Zirkus-Heinis mit den Kindern in die Kanalisation abtausen wollen. Verstanden. Ich greife sofort ein. Lass uns durch. Lass uns durch. Die ganze Stadt ist in Panik. Was geht hier vor? Oh, oh. Die Straße ist blockiert. Oh, nein. Die rote Dreiecksbande. Jetzt wird's ernst, Leute. Achtung. Festhalten. Festhalten. Asche. Schau hin. Steht es auf den Kopf. Die ionische Abwehr ist aktiviert. Ja, was geht hier? So langsam gefällt mir der Job. Gut gemacht, Oliver. Und jetzt schnellt mir nach. Wir nehmen eine Abkürzung zur Hennessy Street. Jetzt kommen die Blattraketen zum Einsatz. Wir sind zu nah dran. Steuersignal wird deaktiviert. Wir nehmen eine andere Route. Modul 1. Aufbremsen. Aufbremsen. Alles in Ordnung, Leute? Watch! Sehen Sie mal auf der Straße. Die Ente fährt ihre Flügel aus. Waffen und ihre Waffen. Schnappt euch die Ente. Nicht vergnügen, Sir. Die Fettrakette schüttet sich. Ich stücke Ihnen die Badjet-Kartanbedienung, während Sie sich um die Rettung der Kinder kümmern. Alle festhalten. Ich setze es zum Selbstrechtstart an. Jetzt gehen wir auf Entenjagd. Ja, warum schießen Sie? Ist das etwa... Kernwurmen? Sehen Sie nur, die rettet das letzte Kipp. Die Ente kommt direkt auf uns zu. Doch, geht's! Oh, diese blöden Fugstabilisatoren. Oh, da ist sie ja! Ein Schuss! Ach, du Schande! Dieser Pinguin will sich in die Kanalisation verkrümeln. Oliver ruft Batman! Oliver ruft Batman! Sir, wo sind Sie? Bandschrieb ausgebaut! Das ist furchtbar! Ich muss die Friedwerke neu starten, sonst kommen wir hier nie wieder raus! Der Pinguin gab uns nicht den Kopf! Wer ist in der Transportmodule? Ich bin dabei, euch zu achten. Es ist Batman! Sir, die Transportmodule sind beschädigt und ich kann sie kaum noch unter Kontrolle halten! Das ist nur eine Frage der Zeit, Pinguin! So, wir verlieren an Höhe! Nimm das, Pinguin! Die Transportmodule sind außer Kontrolle! Halte dich ab! Wir müssen loslassen! Näh, näh! Näh, näh! Das Fahrzeug hat eine Fehlfunktion der Stufe 1. Bitte! Methode Pinguin! Kommissar! Kommissar! Puh! 存다가 Angehörigين! Puh! Puh!